Servus! Stark und dynamisch in deinen Tag starten. Möchtest du auch so fit und vital sein wie dieser Baum, so richtig gut verwurzelt? Wer will das nicht? Eine Frage, isst du viel Zucker? Isst du gern Zucker? Ich habe früher jeden Tag Süßes gegessen. Bis ich draufgekommen bin, das tut mir überhaupt nicht gut. Da fühle ich mich nicht wohl. Stell dir mal vor, wenn Zucker jetzt auf den Markt kommen würde, also jetzt ganz neu, dann würde er sofort aus Gesundheitsgründen verboten werden. So schädlich ist er. So, jetzt machen wir uns aber selber einen ganz persönlichen Reim drauf und sagen, ich werde es nicht zu 100 Prozent weglassen, aber ich kann ihn vielleicht um 50 oder 80 Prozent reduzieren. Ich habe das seit längerem probiert und mir tut es einfach allein wohl. Und ich fühle mich vitaler und fitter. Mach dir du selber ein Bild dazu. Ich wünsche dir alles Gute. Fiati, Servus, mach's gut!